Provo Tag Nummer 2 neigt sich langsam dem Ende. Wir haben sehr viel gemacht heute, haben jetzt noch unseren letzten Termin. Da fahren wir jetzt gerade hin und dann ist Feierabend angesagt und geht es morgen weiter. Und es regnet übrigens fürchterlich. Leute, wir sind jetzt im Studio und unsere Schneiderin ist jetzt gerade gekommen und hat ein paar Maße von mir genommen für unsere Tourkostüme. Ich zeige euch da gleich mal was. Ist mir hoch peinlich, aber ihr solltet es auch wertschätzen, dass ich so offen bin. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no.